Schirker, der Teufel. Im Internet hat das ganz anders ausgeschaut. Hawaii. Was? Zürkisblaues Meer, saftig-grüne Palmen und romantische Spaziergänge am Endlosenstritten. Glutsacker, was war denn das? Das Gstaurel wird doch nicht mit mir reden, oder? Die Hitze tut mir nicht. Der versteckt dich. Der Fix, wo soll ich mir den verstecken? Scheiße, Scheiße, du verstecker. Ja, wo denn? Au! Wie hieß dein Name? Ringo, wie heißt denn du? Je m'appelle Odette. Odette? Wo bist denn du zugerüßt? Ich komme aus der Bretagne und an deiner Stelle würde ich die Farbe nicht so oft ändern. Gestell dich nicht so. Dann bist du selbst schuld. Ich kann doch da nix machen. Koran ist dein Gourmet, Macherie. Sag es euch. Hab auf mich frei von jemandem. Wo ist dein Gourmet, oder? Ich gebe dir mal, wo ist dein Gourmet? Ja, ich gebe dir mal. Ich gebe dir mal. In der Runde! Au! Dummeltauk! Wenn du so kommst, dann kommst du nicht weg. Alter, helf! Nein, nein, nein! Helft, greif dich, Alter! Alter, ich bin doch nicht schwimmig bereit. Ist mir zu holen los in die Tür, oder was? Oh, mon dieu, was macht das? Du schon wieder! Na, mach dich jetzt richtig! Okay, Alter, reg dich nicht so auf! Ich komm zurück, um in meinen schönen Schatz zu rauchen! Wir geh auf! Los mit in Ruhe! Du bist doch nicht ganz koscher. Normal bin ich Fenton-Männer, aber du bist doch nicht komisch auf. Aua, 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 aua! Ich bin doch nicht so auf! Ich bin doch nicht so auf! Du bist doch nicht so auf! Ich bin doch nicht so auf! Okay? Okay! Ich bin doch nicht so auf! Ich bin doch nicht so auf! Ich bin doch nicht so auf! Und wir können hier schon auf! Vielen Dank.